Mein Name ist Nina Steiger. Ich habe das Bachelorstudium Biotechnologie an der ZHW in Wendenswil absolviert und bin heute Mitinhaberin und Geschäftsführerin der Resea Biotech. Wir vertreiben das Bioreaktorequipment von Applicon Biotechnology in der ganzen Schweiz. In meinem Arbeitsalltag bin ich häufig unterwegs und unterstütze unsere Kunden bei Fragen rund um unsere Bioreaktoren. Ursprünglich habe ich eine Lehre zur Drogistin absolviert. Schon damals haben mich die naturwissenschaftlichen Fächer gepackt. Nachdem ich in Wendenswil an einer Vorstellung des Biotechnologie-Studiums teilgenommen hatte, wusste ich, dass dies das Richtige für mich ist. Meine Interessen sind sehr breit und ich brauche viel Abwechslung in meinem Alltag. Die Kombination von Technik und Biologie begeistert mich bis heute. In meinem Beruf brauche ich heute einerseits das technische Know-how wie die Bioverfahrenstechnik oder die Mess- und Regeltechnik. Andererseits muss ich die biologischen Hintergründe verstehen, wie Zellkulturen in den Bioreaktoren kultiviert werden. Die Biotech-Industrie ist sehr dynamisch. 2019 hatte ich die Chance, Anteile an der Firma zu kaufen, bei der ich damals arbeitete. 2020 haben wir die gesamte Biotech-Sporte aus dieser Firma herausgelöst und die RISEA Biotech gegründet. Sie gehört heute meinem Geschäftspartner und mir. Das Biotechnologie-Studium an der ZHW in Wendenswil empfehle ich allen, die Abwechslung mögen, gerne interdisziplinär arbeiten und ein besonderes Flair für Biologie und Technik haben.